Für mich ist es sehr wichtig, dass Partner zu mir passen, so wie ich bin. Vor allem mit der Versicherung denke ich, dass es super passt zum Sport. Als Profisportler ist es natürlich auch mein Job, um gesund zu sein und zu machen, was ich am besten machen kann. Ich bin sehr froh, dass ich die Verbesserung des Gruppen des Gruppen. Es gibt diesen Sportiv-Junde und Dynamik. 2021 ist wirklich eine magische Jahre für mich. Es gibt auch die Hauts und die Basse, aber es sind besonders die Hauts. Aber ich hoffe, es ist eine große Herausforderung für etwas Speziales. Die Sieger-Mentalität hatte ich von Jouf. Das merke ich auch bei anderen Dingen. Wenn ich mit meinem Bruder früher Monopoly gespielt habe oder UNO, musste ich immer gewinnen. Für mich hat es einfach nicht so viel Sinn gemacht, etwas zu machen, wenn man nicht wirklich gewinnen möchte. Die neue Identität des Gruppes Mutuell gefällt mir sehr. Der Logo ist sehr jung. Ich liebe sehr die beiden Farben. Und ich denke, dass es auch bei den Werten der Marken sehr gut corresponde. Was ist die Bedeutung des Gruppen des Gruppen des Gruppen des Gruppen des Gruppen? Meine Ziele sind natürlich immer verletzungsfrei bleiben, gesund bleiben. Ich kann fit und gut spielen. Ich kann alles geben. Ich würde mich beim Ranking wieder vorne verschieben. Vielleicht wird es auch mit dem Grand Slam klappen. Ich Experte. Vielen Dank.